Ja, hallo zusammen, ich bin's Jess. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Review und zwar zu Pixel Studio FX. Folgendes, ich werde ziemlich oft gefragt, wie ich denn meine E-Cover mache. Also das sind diese Cover, die man sieht, wenn jemand ein E-Book verkauft oder eine Software verkauft oder ähnliches. Und ja, wie ich die denn gestalte? Ich persönlich mache das mit Photoshop oder Affinity Photo. Allerdings ist es jetzt so, dass das nicht jeder hat und vor allen Dingen auch nicht jeder kann. Die meisten geben das dann ab an einen Freelancer oder eine Agentur. Das ist meistens relativ teuer. Und wenn man sich so nach Software für das Erstellen eines E-Covers im Internet umguckt, dann gibt es da jetzt nicht unbedingt viele wirklich tolle, funktionierende Programme. Bis jetzt, ja, also ich wurde selbst von einem Kollegen darauf aufmerksam gemacht, vom US-Markt. Und habe mir gedacht, ich gucke mir das Ganze mal an, eben weil mich so oft so viele fragen. Weil das anscheinend ein Problem ist, eben solche Cover richtig gut hinzubekommen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal wie immer die Verkaufsseite an. Dann springen wir in das Programm. Das ist übrigens webbasiert. Das heißt, es muss nicht installiert werden. Und dann zeige ich euch eben, wie das Ganze funktioniert. Verkaufsseite, ja, wie eigentlich immer diese englischen Verkaufsseiten. Wobei mir hier jetzt der obere Bereich persönlich gut gefällt. Vielleicht kurz die Eckdaten. Es geht um ein Programm, mit dem man eben solche E-Cover gestalten kann. Wir benötigen keine Designkenntnisse. Es funktioniert auf Mac und PC, eben weil es online basiert ist. Die Developer Rights sind inklusive. Das bedeutet, die erstellten Cover dürft ihr verkaufen. Es gibt Lifetime-Updates. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese Cover zu erstellen. Denn es gibt extrem viele schöne Vorlagen, die man nutzen kann. Damit meine ich jetzt nicht nur das Cover an sich, dass das aussieht wie ein Buch. Sondern eben, was auch vorne drauf ist. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Es sind 23 Kategorien dabei bezüglich dieser Vorlagen. Und wir können für alles Mögliche eben Cover erstellen. Für Kindle, für iPad, für iBooks, für CD-Cover und vieles, vieles mehr. Und okay, hier steht jetzt noch, dass man bis zu 500 Dollar pro Cover verdienen kann. Das kommt eben dann darauf an, wie weit man die dann verkaufen möchte. Das Ganze ist übrigens auch noch mit so einer Verkaufsplattform, ja, zusammengeschweißt sozusagen. Das ist vielleicht jetzt für den deutschsprachigen Markt nicht unbedingt interessant. Aber kann man sich ja mal angucken. In dem Video wird das Ganze schön erklärt. Das ist jetzt wieder ein Launch-Special. Das Ganze kostet 47 Dollar einmalig. Ja, später wird es voraussichtlich eben monatliche Kosten haben. Deswegen würde ich da, wenn es interessant ist, auf jeden Fall jetzt das Ganze nutzen und bestellen. Es funktioniert auch wie die meisten Sachen, die ich vorstelle, über J-Visu. Das bedeutet, ihr klickt hier auf den Button und könnt dann mit Kreditkarte oder PayPal bezahlen. Wenn ihr keinen PayPal-Account habt, ist das kein Problem. Ihr könnt auch mit PayPal bezahlen, wenn ihr kein PayPal habt. Ja, das ist dann über Lastschrift. Also ihr müsst kein PayPal haben, um damit bezahlen zu müssen. Das nochmal kurz nebenbei. Okay, wir brauchen keine technischen Vorkennisse. Das ist klar. Es ist einfach zu benutzen. Es gibt viele, viele tolle Templates. Es ist sehr, sehr einfach, das Ganze zu erstellen. Also diese Creation ist ziemlich einfach und geht sehr, sehr schnell. Wir haben eine Cache-Palette. Das ist eben diese Verknüpfung mit der Plattform, wo man eben die Cover dann verkaufen kann. Und es gibt wie immer Training und Support. Das allerdings auf Englisch. Deswegen mache ich dieses Video hier. Hier nochmal alles so ein bisschen erklärt. Developer Rights Included. Das bedeutet wirklich, du kannst diese oder ihr könnt diese Designs verkaufen. Cover erstellen, verkaufen oder eben als Dienstleistung. Hier nochmal ein Video, wo das gezeigt wird. Wir benötigen kein Photoshop und keine andere Designsoftware. Ganz wichtig. Und ja, wie es funktioniert. Erster Schritt, man wählt sich ein Design aus. Zweiter Schritt, man bearbeitet das Design so, wie es aussehen soll am Ende. Und ja, dann publiziert man es beziehungsweise kann es selber nutzen. Gut, ja, das sind eigentlich jetzt so schon die wichtigsten Dinge hier auf der Verkaufsseite. Ich möchte das Video auch gar nicht ganz so lang machen. Schaut es euch dann letzten Endes einfach nochmal selber an. Link dazu wie immer unten in der Videobeschreibung. Hier sehen wir nochmal so ein paar Beispiele, ja, wie das aussehen kann. Hier beispielsweise dieses Buch wurde da mitgemacht. Oder hier auch eine CD. Also alles, was man so benötigen kann. Und ja, ein paar Testimonials haben wir hier wieder. Dann das Ganze, was man so dabei hat. Dieses Pixel Studio FX ist die Grundsoftware. Wir haben die Cash Palette dabei. Die Training Suite. Und im Upsell, also das heißt, wenn ihr gekauft habt, dann bekommt ihr natürlich wieder Unmengen von Angeboten, wo ihr dann noch mehr Vorlagen bekommen könnt und so weiter. Das müsst ihr euch dann aber einfach überlegen, ob ihr das braucht oder nicht. Könnt ihr hinterher auch nochmal bestellen. Wenn euch mal ein Link zum Upsell fehlt, dann fragt mich einfach. Ich schicke ihn euch dann. Okay, das war es zur Verkaufsseite. Ich würde sagen, wir loggen uns direkt mal ein und springen in die Software. Mir persönlich gefällt dieses Schwarz im Hintergrund jetzt nicht. Ja, ich mag das. Ich finde das immer unangenehm für die Augen, wenn da so ein hoher Kontrast ist. Aber gut, das nur nebenbei. Das beeinträchtigt natürlich jetzt nicht die Software. Wichtig auch noch zu wissen ist, ich bin hier auf einem 13 Zoll MacBook. Das bedeutet, dass das immer jetzt nicht so für die Grafikbearbeitung nicht unbedingt das Effektivste ist, weil man einfach weniger Platz hat. Das werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Ist aber nicht schlimm. Ich kann euch das trotzdem ganz gut zeigen. Gut, wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier oben links, beziehungsweise auf der linken Seite unsere Kategorien bezüglich der Templates. Da haben wir dann so Sachen wie Business, Computer, E-Business und E-Marketing, Fiction, Games, General, also so alles mögliche. Fitness ist auch dabei, was man so gebrauchen kann. In der Mitte sehen wir dann eben diese Cover. Da sehen wir jetzt schon, da sind schon eigentlich ziemlich schöne dabei, wo man sonst einiges für bezahlen würde. Und wenn ihr jetzt die Sorge habt, ja, das sind ja Templates, die alle benutzen können, ihr könnt sie abändern. Also das heißt, ihr könnt sie total individualisieren, sodass man hinterher nicht mehr erkennt, dass das eben so ein Cover oder so ein Template letzten Endes war. Rechts haben wir dann nochmal eine Leiste, wo wir immer wieder hier zur Startseite kommen, wo wir in dieser Verkaufsplattform landen, wo wir uns nochmal Informationen holen können, Fragen stellen können und uns ausloggen können. Dann hier unsere normale Menü-Navigation, wie man das kennt, ein E-Cover erstellen, ein gespeichertes Laden, eine Create-Group-Shot, das ist so eine Zusammenstellung von verschiedenen Covern, beziehungsweise Produkten, wie jetzt ein E-Book mit einer CD und noch einer Box dabei, beispielsweise. Und wir können uns natürlich die bisher erstellten Projekte aufrufen und bearbeiten. Hier haben wir noch eine Suche, da können wir nach einem bestimmten Design hier suchen. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal hier im Bereich Fiction, beispielsweise. Das sieht schon ziemlich gruselig hier teilweise aus. Wir können runter scrollen. Also, ja, ihr seht schon, das sind ziemlich coole Designs. Und, ja, das ist Education. Was haben wir denn hier bei Health & Fitness? Auch nicht schlecht. Also, man sieht, es sind wirklich viele, viele Designs, die man hier dann, wie gesagt, nutzen kann für eure eigenen Projekte, aber eben auch verkaufen. Was sagt denn hier der Bereich Computer, Internet? Das hier sieht doch ganz cool aus. Jetzt gehen wir mal kurz daran, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, das hier ist die Startseite. Wir können uns aus den Kategorien ein Design auswählen. Und dann klicken wir auf dieses Design. Dann lädt das einen Moment. Und dann können wir uns auswählen, auf welcher Art von Cover wir dieses Design haben möchten. Hier ist so eine Box, eine Box mit CD, eine CD selbst, ein E-Book, beziehungsweise hier so ein dünneres E-Book, sag ich mal, oder so ein Folder. Dann haben wir hier noch ein iPad oder ein dickeres Buch, ein Bildschirm. Also, ja, wirklich viele, viele tolle Möglichkeiten hier, uns da jetzt eins rauszusuchen. Eine CD, die ein bisschen anders liegt, zwei solcher Bücher, ein Kindle, eine Blu-Ray-Disc, ein iPhone. Was haben wir noch hier? Noch dickere Bücher, die hier liegen, Boxen. Ja, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Ich nehme jetzt einfach mal hier, was nehmen wir denn, was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Ich nehme jetzt mal hier diese Box. Ja, da klicke ich drauf. Und schon bin ich im Editor. Das heißt, hier kann ich jetzt mein Design bearbeiten. Und das heißt, ich kann wirklich alles bearbeiten. Ich kann Text hinzufügen und löschen. Ich kann Text bearbeiten, die Farben ändern. Ich kann Bilder hinzufügen und löschen, positionieren, wo ich will, den Hintergrund ändern und so weiter und so fort. Gehen wir mal kurz hier den Editor durch. Im oberen Bereich haben wir wieder so ein Short-Menü, wo wir zum Home-Bildschirm kommen, das Ganze speichern können und uns eine Vorschau angucken können. Dann können wir unser Design natürlich auch noch für das Speichern halt benennen. Wir können uns ausloggen, das ist klar. Und hier haben wir dann immer die Möglichkeiten der Bearbeitung. Rechts können wir zum Beispiel auch einen Text hinzufügen. Hier ist so die Leiste. Dann können wir Bilder hinzufügen, Bilder laden, die Bilder, die wir schon hochgeladen haben, nutzen, das Ganze zurücksetzen und so weiter und so fort. Passen wir doch mal hier den Text an. Ich klicke da rein und wenn ich den festhalte, dann seht ihr schon, kann ich den dahin bewegen, wo ich möchte. Und wenn ich den Text ändern möchte, dann habe ich hier rechts die Möglichkeit dazu und sagen, den Text kann ich ändern. Ausrufezeichen. So. Und dann sage ich Apply und dann ist der Text hier geändert. Ich könnte den jetzt auch noch fett machen und kursiv machen und unterstreichen, wenn ich möchte. Ich kann die Farbe abändern und vieles, vieles mehr. So. Dann haben wir noch die Möglichkeit, die Schriftart zu ändern. Das hier sieht natürlich sehr cool aus, aber da müssen wir so ein bisschen auf die Umlaute aufpassen, weil nicht jede Schriftart auch Umlaute kann. Ja, ja, deswegen, aber das ist ja nicht das Problem. Da guckt man einfach, was passt. So. Die Schriftgröße können wir hier ebenfalls abändern. Machen wir mal nur 60. Dann ist das ein bisschen kleiner. Und ja, also wie gesagt, man kann es hier wirklich schön abändern und dann entsprechend sehen, was passiert. Ich kann hier natürlich auch nochmal das Ganze abändern, verändern, kopieren, wieder löschen. Ich kann es drehen, wenn ich möchte. Ja, also alles, was man so mit so einem Bildeditor letzten Endes machen kann. Dann habe ich hier das Bild. Das kann ich auch anklicken. Und wenn ich möchte, kann ich es verändern bzw. löschen und ein anderes draufpacken. Ich kann hier natürlich auch die Rotation ändern, die Höhe, also die Position etc. Hier sind die Farben, das heißt, ich könnte auch nochmal die Farben teilweise ändern. Ja, und vieles, vieles mehr. Da muss man sich letzten Endes einfach mal durchklicken und ein bisschen ausprobieren. Aber mir persönlich macht sowas immer Spaß. Deswegen mache ich natürlich auch diese Videos. Aber ich denke, das macht vielen Spaß, hier einfach mal auch so ein bisschen rumzuprobieren, wenn man es selber machen möchte. Gut, nochmal ein bisschen runterscrollen. Dann haben wir hier noch den Autor. Das können wir natürlich auch anpassen. Ich kann sogar diesen Hintergrund hiervon anpassen. Also ich bin da wirklich unheimlich flexibel letzten Endes. Hier kann ich auch noch ein paar Icons hinzufügen. Ja, also ihr seht schon, sehr, sehr umfangreich. Gut, nochmal zusammengefasst. Wir haben uns jetzt ein Design ausgewählt. Wir haben die Art des Covers ausgewählt und haben unser Cover hier jetzt angepasst. Und wenn ich jetzt fertig bin, dann kann ich mir das Ganze mal hier in der Preview anschauen. Da klicke ich auf das Auge. Das dauert einen kleinen Moment, bis es geladen ist. Ja, und dann sehe ich hier, wie dann jetzt letzten Endes diese Box aussehen würde, wenn ich fertig bin. Und dann kann ich es entsprechend herunterladen. Ich kann noch so eine Reflexion hinzufügen, einen Schatten hinzufügen, ein Wasserzeichen hinzufügen und vieles mehr. Ja, dann kann ich das Ganze herunterladen, wenn ich möchte, sogar mit Hintergrund. Wie gesagt, ich kann hier ein Background-Image oder eine Hintergrundfarbe hinzufügen. Ja, und dann klicke ich auf Download und habe das Ganze auf meinem Computer und kann es dann dementsprechend nutzen. Ich kann mir natürlich auch eine Sharing-URL geben lassen oder das Ganze direkt in den sozialen Netzwerken teilen, wie ich es möchte. Und dann habe ich meine Box schon fertig. Wie viele Minuten waren das jetzt mit Erklärung? Keine Ahnung. Fünf Minuten, zehn Minuten maximal. Und das Design ist letzten Endes fertig. Wie gesagt, Bilder können abgeändert werden, gelöscht werden, hinzugefügt werden. Alles, was das Herz begehrt. Und man hat ziemlich schnell ein schönes Cover. Gehen wir nochmal nach Hause und vielleicht nochmal kurz hier in die Designs rein, um das nochmal so ein bisschen zu zeigen. Das sind hier jetzt empfohlene Designs. Und ja, ich klicke auf eins, wähle mir dann aus, welches Cover ich haben möchte, bearbeite mein Design, lade es mir herunter. Hier jetzt ist zum Beispiel dieses Buch. Und habe es fertig. Okay, das war es mit Pixel Studio FX. Ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Ich habe es versucht, diesmal nicht ganz so lang zu machen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Und wie gesagt, alle Links, die passend dazu sind, findet ihr in der Videobeschreibung und hier auch im Video irgendwo. Wenn ihr übrigens noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr das natürlich gerne werden. Dann werdet Teil der Community, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Gut, das war es von mir. Eine tolle Woche wünsche ich euch noch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Jess. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017